Komm rein, Pelle! Karlsson, Karlsson, Achtung, hier kommt Karlsson, 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 Juhu, ich heiße Karlsson. Hey, hey, Lillebroa! Wo kommst du denn jetzt her? Na, was denkst du wohl? Warum bist du endlich abgehauen, als Papa und Mama dich sehen wollten? Was kann ich dafür, dass dein Papa und deine Mama mich sehen wollen, wenn ich gerade mein Haus inspizieren muss? Apropos Haus. Wo ist der Turm, den ich gebaut hatte? Wer hat meinen fantastischen Turm zerstört? Und wo ist mein Fleischklößchen? Ich habe nicht gedacht, dass du nochmal zurückkommen würdest. So ist das also. Der weltbester Türmebauer baut einen schönen Turm und was geschieht dann? Man zerstört rücksichtslos sein Bauwerk und man bemächtigt sich auch noch seines Fleischklößchens. Einen wirklich großen Geist kann sowas doch nicht stören. Das sagst du so leichtfertig. Aber wie mir zumute ist, ist dir egal. Ich habe den Turm gebaut. Mit diesen Händen. Jetzt bin ich am Ende. Also, ich glaube fast, du willst mich überhaupt nicht mehr sehen. Aber unter Umständen könnte mich ein kleines Geschenk wieder aufheitern. Ich bin nicht sicher, aber vielleicht doch. Ich bin nicht sicher, warum.